Willst du Weizen? Ich fütter dich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Quatschkraft. Stimmt, ich kann nur Nacht schlafen. Also komisch, ich kann auch tagsüber schlafen im echten Leben, aber hier natürlich nicht. Oh Gott, wieso kann ich mich nicht drehen? Wieso liebt mich mein Schaf? Es folgt mir! Ne, ich mag Schafe. Zumindest in Minecraft, die sind so süß. Kann ich das Schaf abhauen? Die Tür ist zu, okay. Ich schaue mich mal ein bisschen im Dorf um. Stimmt, in diesem Part sind wir ein bisschen... Darf ich dein Schaf scheren? Nein! Du scherst mein Schaf nicht. Bau dir ein eigenes Schaf. Okay, ich scherfe eins von deiner Farm. Von meiner Farm, okay. Aber nicht das Schaf in meinem Haus. Schau mal, wie das abgeht. Guck mal, wie die Alps. Aber mein Schaf geht in meinem Haus ab und das soll so bleiben. Oh Gott, wieso mache ich da und dieses... Wie heißt es nochmal? Cheaten? Ne, äh... Die Zuschauer wissen, was ich meine. An. Wieso mache ich das da und an? Gute Nacht. Guck mal, ich muss jetzt nicht mehr rausgehen, aber doch. Ich hab kreativ, ich komm hier raus. Aua. Äh, ich hab Tränke. Aua. Ich trinke Tränke unter Wasser ab und dann kann ich in diesem Brunnen leben. Das ist mein neues Zuhause. Cool. Das ist dein neues Zuhause, okay. Ich schau mich ein bisschen in diesem Dorf um. What? Hier ist einfach so ein Tor mit so einem komischen Typ. Willst du weizen? Hallo. Pong, Pong, Pong. Pong, Pong. Pä. Ho, ho. Gute Nacht. Guck mal. Ich bin auf einem Turm. What? In dem einen Haus ist Lava. Wo ist das Haus? Da. Okay, das muss ich mir merken. Das ist eine Schmiede. Das ist eine Schmiede. Mir wurscht, aber in dem... In der Schmiede ist es normal. Mir wurscht. Ich will da jetzt rein. Ich will, dass der Brunnen kein Wasser mehr kriegt. Hier ist mein neues Zuhause. Oh Gott. Das ist so ein bisschen Wasser. Ja, dann baue ich doch irgendwo runter. What? Die Schmiede ist voll schön. Schau mal. Da wohnt hier bestimmt jemand. So ein Typ. Kann ich die Truhe öffnen? Nein, ich will dem Kreativ. What? Da ist ja Zeugs drin. So. Ich zerstöre das Haus vom Schmied. Ich... Ja, okay. Ohne in die Luft. Ja, okay. So. Nimm das, du Typ. So. Dann hör. Hey, ich zerstöre die Schmiede. Aua. Hör auf, bitte. Okay? Was? Ich will die Schmiede zerstören, okay? Das bedeutet Krieg. Krieg! Schmiedevolution! Auf in die Schmiede! Ich habe eine Falle. So. Du musst hier nicht rauskommen, ohne dass ich... So. Also meine Falle ist bereit. So, Sekunde. Noch ein bisschen von außen. Ui! Komm mal nicht her! Verschwind! Ui! Ja, ja, ja. Gut, das ist echt mal ein P. Ja, egal. Kannst mich ruhig irgendwo hinworten. Das macht mir nichts. Wow, hier sieht's, äh, hier sieht's, äh, hier sieht's Feuer aus. Aber so einen Part hatten wir ja schon. Hör, wieso? Ui! Hey, ich will nicht wieder in die alte Welt. Na gut, ich will in die alte Welt. Äh, wo war ich? Bei Schmiede zerstören. Mein Portal ist kaputt. Sieht ihr recht. Ich mache halt bei euch. Aber nicht für mich. So. Ey, lass, 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 ich will nicht schmieden. Zerstör. Zerstör, bitte. Ich... Da ist mein Portal. Ja, aber... Alter, guck mal, das ist jetzt auf einmal ein Portal gesporen. Ja, ich weiß. So. Dann hier. Wunderschöne Schmiede. Der Lauter... So. Wo ist da, bitteschön, im Portal? What? Wir sind getrennt. Doch nicht. Ich weiß. Ich bin rausgekriegt. Servus voll. Ach so. Ist er gar nicht. Geh mal wieder rein. Das nimmt immer noch auf, übrigens. Dann erzähl ich ihn von deinem Lebenslauf. Okay, also mein Lebenslauf. Es fing vor langer, langer Zeit an. Vor zwölfeinhalb Jahren. Da wurde ich geboren. Ende. Dann war ich ein Baby und, ja, dann... Ende. Dann war ich einfach in einem Dorf aus Sand und aus Billis. Will ich die TNT haben? Ja. Mach doch mal einen TNT-Portal. Alter, Wegebüße sind das Portal. Hä, wieso bin ich jetzt plötzlich in Survival-Game? Au, ich hab... Ich bin... Willst du mich dann kreativ? Ja, mach mich wieder kreativ. Dann geh wieder auf. Dann geh wieder auf. Okay, dieser Pant ist etwas chaotisch. Not linear. Ja, okay, was heißt das? Ist ja egal. Daran wissen wir, ob du fällst. Warte. Ist das die richtige Welt? Nein, das ist... Take-Party. Oh Gott, das ist meine persönliche Welt. Ha, jetzt aber. So, jetzt bin ich bei dir. Wunderschön. Äh, wo wohne ich nochmal? Ich hab's leider vergessen. Stimmt, äh... Hier war die Schmiede, die ich zerstört hab. Oh. So. Äh, dann... Wo war mein Haus? Weißt du das noch, Billy? Nein. Okay, ich... Äh... Ich überlege... Ja, ja, ping, pong, pang. Ihr seid auch so komische Typis. Was? Sie machen auch ein ping, pong, pang, 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 äh, irgendwas. Ich muss mal ein ausrastendes Scha... Sekunde. Ja, okay. Waterfish. Ja, das ist unsere... Äh, meine Katze. Okay, das heißt, hier wohne ich. So. Packst du gefälligst keinen Tee vor mein Haus? Ich hab aber keinen anderen Ablageplatz. Doch, hast du. Nein. Lüg mich nicht an, du Waterfish. So als dein Indizier. Der ganze Tag. Bitte. Komm, Billy, sonst höre ich auf mit dem Video. Ja. Ich... Mach Tür zu. Glitsch dich bitte durch die Tür, mein Schaf soll nicht abhauen. Ich glitsche mich durch. Ja. Füttern, füttern, füttern. Du Arsch. Wieso willst du, Schaf, dein Weizen nicht essen? Ess, 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 ess. Bis du richtig fett wirst. Wenn du willst gar nicht... Bis du explodierst. Wenn du willst gar nicht den Trank der Heilung aufwerfen. So. Und meine Waterfish-Katze. Oh, ist die süße. Die sieht aus wie eine Katze. Das ist so schön. Und da habe ich eine Blumen... Was geht hier ab? Hier ist irgendwo eine Hexe. Eine Hexe, okay. Dann gute Nacht. Kann ich schlafen, bitte? Es ist doch Nacht. Gute Nacht. Es ist nicht mal Nacht. Gute Nacht, trotzdem. Geh dich mal schlafen, ey. Ich will pennen hier. Es ist voll chillig hier in meinem Bett. Okay, mein Schaf kommt zu mir. Schaf. Ganz ruhig, ganz ruhig. Soll ich dir mal was im Nether zeigen, okay? Ja. Guck. Wenn du jetzt im Bett nimmst, gell? Ja. Wenn du im Nether schlafen willst. Okay, schade, dass ich das nicht aufnehmen kann, weil... Weil irgendwas... What the fish läuft rum! Ich frage mich, was sich gerade das Schaf denkt. Und bestimmt, Mann, ich liebe ihn. Aber leider bin ich ein Schaf und er ist ein Mensch. Und deshalb kann ich nicht mit ihm zusammen sein. Und... Und wieso liegt er da im Bett? Ist er einfach krank? Oder wurde die Verbindung zum Server getrennt? Oder... Oder drückte Manuel auf OK? Oder stand da classy? Oder war der Part jetzt zu Ende? Ja, der Part ist jetzt zu Ende und dann würden wir uns verabschieden. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und... Ja. Ja.